Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zomitakun 2 Brainhoffs Revenge. Wie ihr schon mitbekommen, stimmt was mit der Aufnahme nicht? Mir ist ein kleines Fauxpas passiert und zwar ist meine Stimme nicht laut genug in diesem Video. Aber im nächsten Part müsste es eigentlich besser sein und das wollte ich mal gesagt haben. Viel Spaß beim Video ohne meine Stimme und schaut auch dann beim nächsten Mal wieder bei Bamba und Schizikowski und viel Spaß. Dann vom Video ohne die Stimme! Ja, dann kommt noch was mit dem Video. Es gibt keine Stimme, die ich in die Stimme zu verdienen. Das ist ein Wettbewerb. Ich hab die Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran-Kran. Oh Gott 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 Ich habe es wie zu sehen wie es die Möglichkeit ist Dann ist es noch eine Sparte Ich bin aber auch die Sparte Drei Malte Ich bin jetzt so schnell so Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. 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 Oh, okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.